Ich bin Angsthase! Mittwoch spielen wir endlich wieder Minecraft! Vorige Woche habe ich ja ein bisschen Probleme gehabt. Neue Lounge installiert und Pipapo und Tralala. Jedenfalls hat mir das Spiel nicht wollen. Heute funktioniert alles wieder. Ich brauche hier noch einige Sachen. Ich brauche noch Zäune und Türen. Türen sollte ich auch noch haben wollen. Muss ich mal schauen, was ich hier habe. Ja, habe ich da nichts. Und quatschen möchte ich auch ein bisschen was mit euch. Ähm, ja, gut. Muss ich halt mal so versuchen. Wie macht man da jetzt schon wieder? Ah, das so? Nö. Ich habe so, 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 so. Und so. Und so. Habe ich einen Eichenhautschaum? Und die Tür? Wie war denn das mit der Tür? Ja, zu wenig Material. Zu wenig Material. Aber vielleicht brauche ich gar nicht mal die Tür. Aber ich glaube, ich brauche schon eine Tür. Ja. Ah, wie war denn das wieder? Ja, was ich nicht brauche, werde ich, äh, das hier. Äh, so. Ja, das gehen wir rauch hier, erstmal, ne. Die werden wir brauche. Das werden wir brauche. Ähm, irgendwo Material. Ähm, muss ich mal wieder gucken, hier, ne. Material, ja, ne. Material. Ich hatte hier so eine Tür. Aber die, 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 die schaut mir nicht schön aus, ne. Nicht für einen Gartentaun hier, ne. Ja. Keine Holzablage, ne. Schön. Ja, dann machen wir es halt erstmal. Ohne Tür. Tü, Türen sind, äh, äh, ne. Überschätzt hier, ne. Schau. Ja. Ja. Knoppel drücken. Knöpfe drücken. So, hier geht's gleich weiter. Pssst. Und dann geht's rüber zu. Und diesen Bereich hier möchte ich ja äh, 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 so. Hör auf, äh, meine Damen und Herren hier. Äh, 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 zu einem neuen Versuch hier. So, wir probieren hier das Ganze einmal. Ich möchte nicht, dass der mir da herkommen kann, also muss ich da einmal so rum, so, 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 damit ich ja ein bisschen abgesichert habe, und dann fehlt mir natürlich, was genau, Holz. Es wird aber kein Problem sein, ich bin ja gerade hier in Boreien, und hier gibt es auch so viele schöne Bäumchen. Da werden wir gleich mal hier einmal Bäume abpacken. Wenn ich jetzt hier noch Eichen finden würde. Eichen, Eichen, wo sind die Eichen? Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Suche nach den Eichenbornen. Boah, kleiner gehen die auch nicht mehr, ne? So, nachdem wir ein bisschen Material reingekarrt haben, ist zwar nicht gerade viel, können wir jetzt nochmal zurück in unsere Basis gehen, oder besser gesagt fahren, um uns hier noch ein paar Eichenholz-Zonen hier zugestalten. So, jetzt aber klappen, tut's ja ganz gut, ne? So, gehen wir mal raus hier. Dann, ups, dann nehmen wir mal alle, was machen wir hier, dann machen wir da raus. So, mach ich schon, und dann machen wir, also, ja, ne? Ja, klasse, ne? So, ne? So, ne? Ne? So, ne? So, ne? Uh, da war Eichenholz-Zahn. Da war er noch nicht. So, ne? 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 So, auch nicht. Ich bin mir sicher, dass ich irgendeine leichte Möglichkeit habe. Ach so. So haben wir es. Ja, sage ich ja, eine leichte Möglichkeit. Einfach umgekehrt der Reihenfolge. Merke ich mir sowieso nicht, bis zum nächsten Mal. Und ab geht's wieder. Jawoll, wer noch nicht dabei war, der darf noch mal, der kann noch mal, der. Dann fahren wir noch mal. Ja, ja. So, wenn ich da schon in dieser Richtung hier aussteige, würde ich schon fast sagen, ich mache mir hier dann das Türchen rein. So, dann habe ich hier mal das Türchen drin. Dann kann ich hier mal noch Zäunchen fertig bauen. Machen wir dann noch ein paar Zäunchen da hin. So, jetzt reicht es hier. So, und Fackeln mäßig möchte ich mir hier auch noch ein bisschen was aufstellen. Ja, zum Beispiel hier oben eine und hier eine. Erstmal hier die Ecken alle ausleuchten. So, dann würde ich vorschlagen, damit ich hier... So, muss ich mal das ungefähr auf der gleichen Höhe haben. So, dann lassen wir zwei aus. So, dann lassen wir zwei aus. Zwei lassen wir aus. Mönsterchen. Mönsterchen. Und hätte dann hier die Möglichkeit halt, ne. Ja, meine Trasse abgesichert zu haben vor Mönsterchen. Damit die hier nicht auf meine Trasse hier drauf gehen. Außer sie fallen dann von da oben runter. Was natürlich auch wieder ein anderes Problem ist, ne. Aber sie können hier von dieser Seite auch nicht hergehen. Und ich habe hier meine Trasse ein bisschen dann abgesichert. Aber was machen wir denn jetzt beim Regen? Hm. Was könnten wir bei Erdbeirregen machen? Gute Frage. Das regnet und regnet und das mag ich überhaupt nicht. Fertigung. die sich drange auf. Oh. Ach, Jambi. Nein. Ja, verdammt nochmal. Ja, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich doch tatsächlich nochmal, äh, Zäune machen gehen, Leute, blöder Creeper. Ähm. Ja, so eben hat mein Müllchen ein bisschen gestockt. Richtig gesehen. Das geht's doch nicht. Duper Creeper. Ich mag keine Creeper. Kann ich die bitte, äh, äh, ausschalten? Jetzt muss ich hier nochmal eine neue Bahn. Ich bin Angsthase. Und jetzt habe ich meine ganzen Sachen dort. Und das schüttet. Und ich muss meine ganzen Sachen abholen. Leute. Ja. 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 Ich muss noch meine Sachen abholen. Oh, das kann's ja nicht sein hier. Äh. Äh. Huste. Helm. Stiefeln. Ach nee. Nee. Das Türchen ist auch weg. Ich sollte hier mal, äh, äh, kurz verschwinden. in der Rufnung, dass hier mehr keiner nachkommt. Mein Türchen ist auch weg. Vielleicht sollte ich das Ganze noch ein bisschen besser ausbauen. Sprich ein, äh, kleines Häuschen dorthin bauen. Aber, äh, meine Damen und Herren. Ich würde ja schon fast sagen, dass darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Und das wäre dann nächste Woche zur selben Zeit hier auf dem selben Kanal. Bis dahin. Danke fürs Zusehen und Tschüss. Ah. Nee. So? Nee. So? Nee. Wie war denn das schon wieder mit den Ausstecken hier? Ich kann schon wieder nichts, ne? Ich schau grad auf die Tasten, ob mir da irgendwo, äh, was einfällt. Äh. Äh. Wie war denn das wieder, ne? Ich schau기만er es jetzt im Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020